Der Beste ist losgekommen, das ist der Erik Himmert. Wurde bei hinten links, da war leicht angehört. Dinge von dem Dennis Hagedorn, meine ich, mit der Beste. Aber hätte sie gesagt, das ist wirklich schon mal auf und durch die Kursen. Da hat er auch Position 2, das ist glaube ich die 78, das ist der Erik Himmert. 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 Der Erik Himmert. Aber alles ist gut gegangen. Wow. Wenn der gar nicht Ruhe fühlt. Ich schreibe ihn nur so vorbei. Meine Schleunerungstone, das ist natürlich glücklich. Da kannst du nur drinsitzen und hoffen. So, das ist der Laufsieg. Was er somit gerade eben getan hat. Dieser Laufsieg. Gerade den Airbank hat er mit der 2.1. Start am 93. Das ist der Erik Timbert. Und auch Platz 3, die 91. Das ist der Rolf Pusch. Das ist der Rolf Pusch. Vielen Dank für's Zuschauen!